Das mache ich aber noch schnell, da fehlt so viel Zeit, oh oh, ich glaube ich schaffe das nicht, ich mache ja eine Junge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sleeping Dogs mit mir King Falke. Da drüben muss ich ja auch noch mit ansprechen, was denn das, aber ich will das mit denen, oder doch den da drüben, der denn, dann mal weiter, ach so, ne, hier ist ja mit diesem Fight da oben, ne, das mache ich noch nicht, das kommt später, dann rede ich doch den erstmal an hier. Da sind sogar die Bullen, ach so, die sollte ich ja ablenken, so, jetzt. Okay, hey, objekt werfen. Hey, du, in der stupide Uniform. Hopp, jetzt! Headicap, durch hier, man, keep running. Yoss, around it! Ich habe dich jetzt schon schon ab. wi wiii Lass mal hier Barcour laufen Und zack mand weiter geht's Hallo Goodbye Your Lauf Bis zum Glück lim Dank'n, Mann du hast mir das Leben gerettet Erk gros Also Syee 2000 Es ist Hongkong-Dollar. So, zack. Hallo. Guten Tag. Na gut. Andere ist hier. Aber mein Auto ist nicht mehr da. Oder? Das habe ich doch so geil abgestellt. Doch, da vorne steht es noch. Wie kann ich das jetzt holen? Oh, ich kann doch mein Taxi. Aber ich weiß nicht, wie das... Dann nehme ich immer, wo ich das vorher mal versucht habe. Also mal den Typ mit vorne rauszuholen. Dann habe ich das Taxi ja. So. Gibt es jetzt noch was Schönes? Ah, hier. Betrug lohnt sich nicht. Teil 3. Zack. Hui. Ich könnte ja auch mal hier kurz drinnen. Ich will mal kurz hier mal was. Warte gucken. Und nochmal 51. Da rein. Ja, da stelle ich da drin. Hallo. Was gibt's denn hier hat? Was gibt's denn hier für Sachen? Ach so. Da muss ich das hier ablehnen. Das ist ja blöd. Ne. Ich krieg das ja... Ja ich habe nichts gefunden. Nicht erstmal so runterlaufen. Machen wir eine später Kappa. Einwand. Ich war auf der verklemmten Seite. Und dann kommt der Tag mehr rüber. Dann kommt der Gaitz. Dann haben wir noch einen Schnell durch. Zack. Ich versuche das dann wieder die Böden. Schöne, dass er noch weiter geht. Da habe ich schon die Stelle ein, ja. Wenn hier irgendwas... Da blinkt was, das hatte ich noch nicht. Okay. Aber jetzt mache ich das nicht mal anständig. Oh! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Hä, wieso steht der denn immer nur der Hand hier drum? Kämpfe, du Scheiße! Ja! 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 Jetzt aber... Jetzt nehme ich hier... Ach, nicht mit F oder so. Schon wieder. Ja! Ja! Jetzt aber... So lang drehen. Ja! Jetzt nur noch die Richtung. Und jetzt wieder so mein Auto. Hm, was jetzt? Ja, wird es null. Zack! Und jetzt wieder so mein Auto. Hm. Da oben steht mein Auto. Da nicht da hoch. Ja, äh... Das schafft das wohl jetzt nicht. Tolle Karte. Oh, es geht nur noch mal drehen... Was ist denn da? Jetzt aber... Da... 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 Links hier vorne. Schon wieder in der Abwehr. Da ist weiter vorne. Und hier ist weiter. Das ist ja Fahrversuche. Das ist ganz schön. Da sind schon mit der Tasche, aber oben noch nicht. Dann marschiert ohne. Oh oh. Immer weggeschmissen. Ja. Ich bin schon wieder auf dem Weg. Ich bin schon wieder. Ich bin schon mal in. Ich bin schon wieder auf fünfm Ohr. Ohr. Ohr, der geht ja. Ich glaube nicht. Der lebt doch noch. Der zappelt doch noch. Nein, das ist ja gar nicht so. Und das mache ich auch nicht da drüben. Guckt, hier waren es immer 5.000. Na, halt das auch. Hier in dieser Region habe ich das eh erst. Wahrscheinlich gerade 1 von 15. Und dann weiter geht's. Der Mini-Hotter. He. Hallo. Läuft, sage ich mal. Hä? Ja? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, ich muss mich nicht mehr auf. Ich habe keine Ahnung. Okay. Rennbahn der Sieger finden bevor er wegfährt. Ich hätte nur das Motorrad fahren können. Mein Auto ist besser. Wow, das war auch ein geiles Auto. Ich habe nicht das hier. Das ist auch geil. Das hier ist auch ein gerät. Oha, gut. Das ist ja immer nur... So, hier läuft es. Ach so, das war alles. Alles genau ausgemessen. Da waren wieder Gegner, aber die kann ich heute nicht machen. Ich habe nur 1 Minute und 20 noch Zeit. Da, 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 da. Ich sage, ich finde das nur 10 Kilometer. 100 Kilometer. Oh, so ein Arsch, Alter. Jetzt zieht das mal voll rüber. Da habe ich nur 55 Sekunden. Wenn ihr Leute gerade gesehen habt, das war aber nicht. Dann kommt der Spast und zieht voll. Das mache ich aber noch schnell. Da fehlt so viel Zeit. Oh, oh. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich mache hin, Junge. Ja, mal beten. So, jetzt nehme ich wieder an mein Auto rein. Ich muss jetzt wieder weiterfahren. Da ist noch eh noch. Scheiße. Nein. Nein. Wo ist denn das? Nein. Scheiße. Vorbei. Das ist ja blöd. Jetzt. Jetzt kommt es breit mit. Dann nehme ich doch das Motorrad jetzt. Präsentiert das bestimmt hier. Weil das schneller ist. So schnell kann ich auf die Flosse fallen. Ohhhh, Hilfe! Ich bin zuerst da, aber das macht mich nicht abgefunden. Warum steht hier aufhörner? Alter, wofür wir hier rumstehen! Hat euch einen ganz selben, aber jetzt? Platz da, ich hab keine Zeit! Das ist ein Schilder. Ja, zwei Schildern. Was ist das jetzt? Wie starten? Ich glaube, ich bin schon wieder neu gefahren, jetzt muss ich den Weg nochmal machen, jetzt schaffe ich das wieder. Ja, aber wenn man umdann zieht. Wenn man auf die Autobahn droppt, kann man nicht gerne eine Minute. Ich muss hier bleiben, ich werde runter wieder fahren. NITRO! Gibt es aber leider nicht. Ich glaube, die Filmen würden sich die Filmen noch schaffen. Ich finde, es ist relativ, aber vielleicht jetzt hier auch. Nein, nein. Okay, aber leider ist die Folge schon wieder zu Ende. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen und wir müssen das in der nächsten Folge weitermachen. Okay, hoffentlich hat es euch wieder gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wiedersehen!